Das Talkmaster Callcenter kann Anrufer zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich begrüßen, gesteuert durch den Wochenplan. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um wechselnde Ansagen oder Funktionen zu verwenden. Auf welche Weise das Talkmaster Callcenter feststellt, wie ein Anruf behandelt werden muss, zeigt dieser Film. Wenn ein Anruf eintrifft, prüft das Talkmaster Callcenter zunächst, ob auf der Rufnummer schon ein Anruf aktiv ist. Wenn ja, nimmt es ihn nicht an und es findet keine weitere Prüfung statt. Der Grund liegt darin, dass eine eindeutige Rufnummer vorhanden sein muss, damit die Gesprächswegnahme oder das Pick-up der Telefonanlage funktionieren. Die Telefonanlage muss dafür sorgen, dass der zweite Anruf auf eine zweite interne Rufnummer geleitet wird. Danach prüft das Talkmaster Callcenter, ob die Herkunftsrufnummer in der Ignorieren-Liste steht. Ist das der Fall, nimmt es den Anruf nicht an und prüft weiter nichts. Dann sucht das Talkmaster Callcenter, welche ABF-Datei oder WAF-Datei verwendet werden soll. Zunächst prüft es, ob die manuelle Steuerung aktiv ist und welche Datei dort aktiviert ist. Wenn die manuelle Steuerung nicht aktiv ist, prüft das Talkmaster Callcenter, ob gemäß Feiertagsplan eine besondere Datei verwendet werden soll. Das kann der Fall sein, wenn entweder gerade Feiertag ist oder wenn ein Feiertag bevorsteht und darauf hingewiesen werden soll. Danach sucht das Talkmaster Callcenter im Wochenplan. Wenn es dort keinen Dateinamen findet, weil Anrufe nicht annehmen eingestellt ist, wird die Prüfung beendet und der Anruf nicht angenommen. Wenn jedoch ein Dateiname gefunden wird, geht der Suchvorgang weiter. Jetzt prüft das Talkmaster Callcenter, ob es den Anruf aufgrund einer Herkunftsrufnummer oder einer umgeleiteten Rufnummer in besonderer Weise behandeln soll. Zunächst prüft es die Herkunftsrufnummer. Das Beispiel zeigt einen Anruf aus den Niederlanden mit der Rufnummer 0031 20 654 321. Deshalb sucht das Talkmaster Callcenter nach einem Verzeichnis, dessen Name 0031 20 654 321 lautet. In unserem Beispiel gibt es kein solches Verzeichnis. Das Programm entfernt nun die letzte Stelle der Rufnummer und sucht erneut. Wieder findet es nichts. Es wiederholt den Vorgang Stelle für Stelle. Falls es ein passendes Verzeichnis findet, sucht es darin die ABF- oder WAF-Datei, deren Name vorher bestimmt worden ist. In unserem Beispiel findet es das Verzeichnis 0031 und darin die Abfolge tag.abf. Den Namen tag.abf hat es zuvor dem Wochenplan entnommen. So ist das Talkmaster Callcenter in der Lage, Anrufer aus den Niederlanden auf holländisch zu begrüßen. Hallo, Finder du O-Belt. Wenn wir von dem gerade gezeigten Beispiel absehen und annehmen, dass kein zur Rufnummer passendes Verzeichnis gefunden wird, geht der Vorgang weiter. Das Talkmaster Callcenter prüft, ob das ISDN-Kennzeichen umgeleitete Rufnummer vorliegt. Im Anruffenster ist die Umleitung an dem Wort über zu erkennen. Dort steht zum Beispiel über 22, wenn der Anruf von der internen Rufnummer 22 umgeleitet worden ist. Das Programm sucht im Unterverzeichnis Umleitung ein Verzeichnis, dessen Name der umgeleiteten Rufnummer gleicht. Wenn es dort eine passende ABF-Datei oder WAF-Datei findet, verwendet es sie. Falls alle vorher genannten Sonderprüfungen ergebnislos verlaufen, verwendet das Talkmaster Callcenter diejenige Datei, die es im Wochenplan, im Feiertagsplan oder in der manuellen Steuerung gefunden hat. Zugegeben, das war viel Stoff. Sie haben nicht alles verstanden? Kein Problem. Die Hilfedatei erklärt das Verfahren ausführlich und mit Bildern. So können Sie es jederzeit nachlesen. Suchen Sie nach dem Stichwort Rangfolge in der Anrufbehandlung. Dasselbe Prinzip wird übrigens in der Talkmaster Zentrale angewendet. Dort sowohl für Betriebsarten als auch für Abfolgen. Wer sich einmal in das Prinzip eingearbeitet hat, wird merken, dass es ihm vielfältige Möglichkeiten bietet. Und das bei geringem Konfigurationsaufwand. Talkmaster So einfach ist das!